Zeuge mitnehmen dürfen. Es ist schon schade, dass wir jetzt schon so groß sind. Also zu unserer Zeit gab es das leider noch nicht, oder? Hier haben. Und man kann im Anschluss ja auch ein kleines Picknick planen, denn hier haben wir noch einen Kofferraum mit dabei für den Wegproviant, damit ich das Angebermodell, oder? Ja, und nicht nur die Hupe übrigens. Wir haben auch richtige musikalische Unterhaltung. Man kann auch übrigens leiser und lauter machen. Man hat hier so einen richtigen Lautstärkeregler drin. Und da sind ganz unterschiedliche Lieder. Das ist unser futuristisches Kindermotorrad, auch mit Elektroantrieb. Und jetzt schauen Sie sich mal bitte diesmaler. Also wenn die da unterwegs sind, die sagen natürlich gleich, wow, wie funktioniert das? Ladylike, der Klassiker. Hätten wir jetzt auch hier so ein schickes Modell, ne? Ja, und schauen Sie mal hier. Ich fahre hier mal so ganz langsames Modell, auch für Kinder, die vielleicht ein bisschen jünger sind, wo man sagt, oh, Spaß pur, oder? Spaß pur, das Kinderauto ist auf jeden Fall Spaß pur. Ich finde das ja so toll, ja, allein mit diesem Sound, wenn du da deine Kleinen reinsetzt und die fahren dann so schön alleine, können unten immer selber Gas geben oder dann, sag mal mit der Fernbedienung natürlich, komm, ich fahre dich mal. Da hier diese sportlich schnittige Form, die wir hier haben. Und dann, sag mal, ich fahre dich mal, ich fahre dich mal, ich fahre dich mal.